Wow, Car City sieht ja wundervoll aus heute Abend. Hallo Klein Frank, wie geht es dir? Du freust dich schon auf die chinesische Neujahrsfeier heute Abend? Die wird bestimmt fantastisch! Was hast du gesehen, Klein Frank? Oh, das! Um Mitternacht versammeln sich hier alle und schauen zu, wie Laternen in den Himmel emporsteigen? Da müssen wir wohl noch ein Stündchen warten, bevor es... Klein Frank? Äh, ich denke nicht, dass du diesen Knopf drücken soll... Klein Frank, nein! Oh, das ist nicht gut! Wir hätten nicht diesen Knopf drücken sollen, Klein Frank! Natürlich! Lass uns Supertruck rufen! Nur er schafft es, das noch vor Mitternacht zu regeln! Hey, Carl! Bereit für die chinesische Neujahrsfeier? Na ja, wir könnten vorher noch deine Hilfe gebrauchen. Klein Frank hat aus Versehen einen Haufen Laternen in den Himmel steigen lassen. Wir brauchen sie zurück, bevor es Mitternacht ist. Fantastisch! Du wirst ein Drache sein! Oh! Oh! Du bist sehr beeindruckend, Super Truck. Dann lass uns die chinesische Neujahrsfeier retten. Keine Sorge, Klein Frank. Super Truck sollte jeden Moment hier sein. Hier kommt er ja. Kannst du die Laternen sehen? Da ist eine. Wie willst du sie einfangen? Oh, ganz schön schlau. Da drüben sind noch welche. Das machst du toll, Super Truck. Mach weiter so. Fahr ein bisschen zurück, Klein Frank. Gerade noch rechtsseitig. Ich glaube, jetzt kannst du den Knopf drücken, Klein Frank. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt. Frohes neues Jahr, alle zusammen. Hey, du hast recht, Klein Frank. Wo ist Super Truck? Schau, er ist die Attraktion des Abends. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Guten Morgen, Christopher. Christopher. Hey, Christopher. Aufwachen. Oh. Ah. Oh. Oh. Du hast wohl heute Nacht echt schlecht geschlafen, was? Lass uns etwas Zement mischen. Bist du etwa schon wieder eingeschlafen? Aufwachen! Dein Zement läuft aus! Oh nein! Ich hoffe, hier fährt jetzt kein Auto längs. Fahr langsam, Susi! Oh nein! Susi, steckst du fest? Ja? Und es riecht schlecht? Du denkst, wir sollten Supertruck rufen? Gute Idee! Oh! Hey, Carl! Susi steckt in Zement fest. Sie braucht Hilfe. Kannst du schnell kommen? Großartig! Auf geht's! Whoa! Whoa! Wow! Ein Helikopter-Truck? Nein? Ein Presslufthammer-Truck. Bist du bereit, Supertruck? Fantastisch! Auf geht's! Hey Leute, hier kommt Supertruck! Dann holen wir dich da mal raus, Susi! Braucht ihr Schutzbrillen, Supertruck? Geh ein Stück zurück, Christopher! Hey, was ist los? Du bist immer noch dreckig? Supertruck, kannst du Susi helfen? Großartige Arbeit, Supertruck! Bis zum nächsten Mal! Christopher, du solltest auf jeden Fall nach Hause fahren und ein Schläfchen machen! Bis bald, Freunde! Karl, der Transformer-Truck Hallo Amber, wie geht's dir heute? Oh, Amber, alles in Ordnung? Oh, du warst auf dem Weg, um Tom zu besuchen. Ist er krank? Wir brauchen jemanden, der dich ersetzen kann! Bewege dich nicht, ich rufe Karl den Transformer-Truck. Er wird helfen können! Karl, Amber, der Krankenwagen ist verletzt! Und sie ist der einzige Doktor in der Stadt und Tom ist krank heute! Du bist der einzige, der helfen kann! Zieh! Ich muss mich nicht anpassen, da ich nur ein paar Mal in die Stadt rankeleisen kann! Und es geht direkt ein paar Mal aus! So, ich bin der nächste, der Nachfolger aus. Und ich bin der Vorherії-Truck-Truck-Truck-Truck-Truck-Truck-Truck-Truck-Truck-Truck-Truck-Truck-Truck-Truck. Ich bin der seismisch! Es wird also anders bei uns sei! Fingern ! Und ich bin der Saftiger in der Stadt. Untertitelung. BR 2018 Wow, Carl! Wow, Carl! Okay, Beeilung! Amber ist gleich da vorne. Schau, Carl! Hier ist Amber. Amber, alles wird gut. Carl ist hier. Amber, Carl wird sich jetzt um Tom kümmern. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Da sind wir auch schon, Carl. Hallo, Tom. Amber hat einen Unfall, deswegen kommt Carl an ihrer Stelle. Was ist los mit dir, Tom? Oh, du hast Fieber. Tom, sag A. Okay. Kannst du bitte husten, Tom? Mhm. Also, Tom, du hast zu viel gearbeitet die letzten Tage. Keine Sorge. Du brauchst einfach nur ein bisschen Ruhe. In ein paar Tagen geht es dir wieder gut. Also, Carl, du warst wirklich eine großartige Hilfe. Dankeschön. Zeit, nach Hause zu fahren. Tschüss, Carl. Tschüss, Tom. Wir sehen uns. Hallo, Billy. Hallo, Charlie. Dieses neue Gebäude wird aber sehr beeindruckend. Oh oh. Das sieht aber nicht gut aus. Pass auf! Charlie! Billy! Was sollen wir tun? Charlie ist gefangen. Mhm. 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 Schau mal, Carl. Die Signalraketen. Jemand braucht deine Hilfe. Run, run. Run. Whoa. Whoa! Run! Untertitelung des ZDF, 2020 Wow! Das ist fantastisch, Carl! Du bist ein gigantischer Bohrer! Auf geht's, Supertruck! Charlie braucht dich so schnell wie möglich! Billy, Supertruck ist hier, um zu helfen! Keine Sorge, Charlie! Wir haben dich in Nullkommanichts raus da! Was sollen wir tun? Aber natürlich, du kannst dir deinen Weg zu Charlie freibohren! Halt, Supertruck! Der Rest des Gebäudes wird auf Charlie fallen! Auf diesem Weg können wir nicht zu ihm! Wo willst du hin? Ah, du willst von unten kommen! Das ist brillant! Warte, Charlie! Wir haben einen Plan! Supertruck bohrt einen Tunnel, um dich da rauszuholen! Auf geht's! Es funktioniert! Fantastisch! Wir sind so froh, dass du in Sicherheit bist, Charlie! Tolle Arbeit, Supertruck! Mal wieder warst du der Retter in der Not! Hey, du hast recht! Ich hab auch keine Ahnung, wo Supertruck hin ist! Bis zum nächsten Mal, Freunde! Wir sehen uns! Bis zum nächsten Mal, Freunde!